Wenn es zu einem nuklearen Schlagabtausch kommt, wenn innerhalb von 72 Minuten 5 Milliarden Menschen sterben, dann kommt der nukleare Winter und danach sind wir wieder Jäger und Sammler. Das ist kein Szenario, das ich einfach so der Herrschwurbel, sondern das ist etwas, was Andy Jacobs, eine Autorin in den USA, die vor drei Monaten ein Buch veröffentlicht hat, dazu mit dem Titel Nuclear War a Scenario ausgeführt hat. Sie hat dazu Experten aus der ganzen Welt befragt, vor allem aus dem Sicherheitsbereich, um wirklich herauszufinden, wie so die Planspiele aussehen. Was passiert denn konkret, wenn es wirklich losgeht? Und das ist das Ergebnis. 5 Milliarden Menschen in 72 Minuten. Die USA haben 1770 atomare Sprengköpfe oder atomare Waffen, Bomben, thermonukleare Waffen, die in verschiedenen Vorrichtungen installiert sind. Man hat da Atom-U-Boote, Raketen, die sind schon mehr oder weniger bereit, bereit sozusagen abgeschossen zu werden. Manche können innerhalb von 60 Sekunden abgefeuert werden. Natürlich ist das etwas, was viele irgendwie im Hinterkopf schon wissen. Da ist es eine Gefahr, die Menschheit ist in der Lage, sich selbst auszulöschen. Aber trotzdem haben wir ja diesen Glauben, dass wir, wir haben ja die Aufklärung durchgemacht, wir sind so vernünftig. Und vor allem, wir haben ja auch zu sagen, Hiroshima und Nagasaki vor Augen, wir wissen ja, was passieren könnte. Wir glauben, dass wir das schon nicht machen würden. Wir haben ja vernünftige Politiker. Und wenn ich das sage, muss ich so ein bisschen lachen. Haben wir wirklich so vernünftige Politiker? Und ich rede jetzt nicht von den USA, wo ein Donald Trump, der höchstwahrscheinlich an die Macht kommt, darüber werden wir auch reden, zumindest keinen neuen Krieg angefangen hat, im Gegensatz zu vielen anderen amerikanischen Präsidenten. Ich rede auch nicht von Präsident Wladimir Putin, der ja, auch wenn er von so vielen verteufelt wird, ja trotzdem ein relativ rationaler Akteur auf der Weltbühne ist. Was ist mit Israel? Was ist mit Benjamin Netanyahu? Was ist mit der sogenannten einzigen Demokratie, ja, in der, im mittleren und nahen Osten? Wir behaupten, oder beziehungsweise westliche Politiker behaupten, ja, dass das eine liberale Demokratie sei. Wobei, wenn man schaut, was in den letzten Wochen jetzt passiert ist wieder in Israel, da müssen wir zur Schlussfolgerung kommen, dass Israel eine fundamentalistische Theokratie ist. Theokratie heißt Gottesherrschaft, ja, oder auch die Herrschaft von religiösen Fundamentalisten. Und das ist etwas, was wir hier im Westen nicht hören wollen, ja, weil wir, weil wir es gelernt haben, ja, unseren Faschismus, den wir wahrscheinlich noch in uns tragen, zu exportieren, entweder in die Ukraine oder eben nach Israel. Wir unterstützen an diesen zwei extrem relevanten Fronten, in diesem neu sozusagen sich, sozusagen ergebenden großen Konflikt zwischen Ost und West, wir unterstützen an diesen beiden Fronten Faschisten oder Rechtsextreme. In der Ukraine ist es relativ bekannt, ja, ich will das jetzt nicht alles wieder aufrollen, aber dass wir dort rechtsradikale Elemente unterstützen, das dürfte mittlerweile jedem klar sein. Aber was ist mit Israel? Was hat Israel in den letzten Wochen gemacht? Ganz aktuell, ich habe es heute auf Twitter oder auf X erfahren, gab es in der größten TV-Sendung oder im größten TV-Sender eine Talkshow, wo Folgendes diskutiert wurde. Und zwar wurde allen Ernstes diskutiert mit verschiedenen Experten darüber, ob es okay sei, palästinensische Gefangene, die in den Gefängnissen sind, zu vergewaltigen. Das ist kein Scherz. Viele kriegen das nicht mit, viele wissen nicht, dass das wirklich diskutiert wird, aber das ist eine Diskussion, die geführt wird. Und warum wird sie geführt? Weil vor einigen Tagen Folgendes passiert ist. Mehr als ein halbes Dutzend israelischer Soldaten, die auf palästinensische Gefangene aufgepasst haben oder die da Wache geschoben haben, die da eben in diesem Komplex waren, wo palästinensische Gefangene gefangen wurden, haben sich über palästinensische Häftlinge hergemacht und auf übelste Weise vergewaltigt. Ja, massenweise haben sie eine Person vergewaltigt zum Beispiel oder haben auch, ja, anderes Gerät sozusagen verwendet, um eben Sodomie zu betreiben. Ja, jemand, einer von diesen Personen wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde und nicht mehr laufen konnte danach oder jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Das ist das Aboreib der Israelis, weil das eben herausgekommen ist. Was ist passiert? Die israelischen Sicherheitskräfte haben versucht, diese sieben oder acht oder neun israelischen Soldaten gefangen zu nehmen, in Gewahrsam zu nehmen und diese Soldaten haben sich gewehrt dagegen, wollten es nicht zulassen, ja, mit Tränengas zum Beispiel. Trotzdem haben diese Soldaten es geschafft, diese Vergewaltiger festzunehmen, in Gewahrsam zu nehmen und nachdem das geschehen ist, hat sich ein Mob gebildet, bestehend aus religiösen Fundamentalisten, Rechtsextremen, bestehend aus Ministern. Minister, die im Kabinett von Benjamin Dissanerho sind, bestehend aus hochrangigen Politikern und einem religiösen, fundamentalistischen Mob, der sich dran gemacht hat, diese Soldaten zu befreien. Man ist dann in diese Militäreinrichtungen vorgedrungen, eingedrungen, um dann festzustellen, dass die Soldaten gar nicht mehr da sind, also die Vergewaltiger, die man befreien wollte, und ist dann abgezogen. Und daraufhin ist diese Diskussion im Lande entbrannt. Die Diskussion lautet, dürfen wir palästinensische Häftlinge vergewaltigen? Und das ist kein Scherz. Und um die religiöse Verblendung dieser Person zu begreifen, sei noch einmal als Bourbon hinzugefügt, dass die Frau eines der Hauptbeschuldigten in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass sie ihren Mann unterstützt in dem, was er getan hat. Das muss man sich vorstellen. Da ist ein Mann, ein Soldat, der einen Häftling vergewaltigt, und die eigene Frau findet es völlig okay. Aber warum? Man begründet es theologisch. Man zieht dafür den Talmud heran, Interpretation, Exegese der Tora, und sagt, naja, es ist religiös schon vermittelbar, oder begründbar, dass man eben Häftlinge, die die Ausgeburt des Bösen darstellen, so dieser Art und Weise missbraucht. Das ist der Stand der Dinge in Israel. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber das zeigt einfach nur, wie weit dieses Land sich entfernt hat von Menschlichkeit. Ich will gar nicht anfangen, über die Situation in Gaza zu sprechen, wo immer noch Schulen bombardiert werden, wo immer noch Kinder sterben, wo jetzt fast 40.000 Menschen getötet worden sind. Benjamin Tanao versucht davon abzulenken. Und wie macht er das? Indem er hochrangige Führungspersönlichkeiten der ihm feindlich gesinnten Milizen oder auch Akteure eliminiert. Das, was er getan hat, ist absolut irrsinnig. Er hat einmal einen hochrangigen, älteren Hezbollah-Funktionär in Beirut, in der Hauptstadt des Libanons, getötet. Er hat dadurch eine ruse Linie überschritten. Das war derjenige, Shukri, der getötet wurde, war niemand, der involviert war in die militärischen Prozesse. Er war auch nicht irgendwie am 7. Oktober involviert. Man hat das als Zeichen, als Symbol hat man ihn getötet, um eine Provokation darzustellen, die natürlich eine Vergeltung der Hezbollah herbeiführen wird. Als sei dies nicht genug, als hätte man dadurch nicht genug Chaos angerichtet in der Region, hat man was gemacht. Man hat dann den Chef des Politbüros, den einer der Verhandlungsführer, wenn es um den Gefangenenaustausch geht, oder auch um Waffenruhe, den Gaza-Krieg, Ismail Haniyeh in Teheran eliminiert oder ermordet. Man hat ihn ermordet und das hat man getan an dem Tag, an dem der neue israelische Präsident vereidigt worden ist. Jetzt muss man sich einfach mal umdrehen und sich vorstellen, was würde passieren, wenn jetzt Iran zum Beispiel einen hochrangigen israelischen Politiker töten würde, der in Washington ist, um der Vereidigung Donald Trumps beizuwohnen. Wie würde der Westen darauf reagieren? Würden die Atombomben fliegen? Würde man Iran nicht den Erdboden gleich machen? Natürlich kann man jetzt sagen, naja, Haniyeh war Hamas-Funktionär, war eine Hamas-Figur und Hamas ein Terrorist, deswegen ist es erlaubt. Aber wer ist ein Terrorist? Wer für den einen Terrorist ist, ist für den anderen ein Freiheitskämpfer. Die Hamas wurde legitim gewählt im Gaza-Streifen und er war erst einmal der Präsident der Hamas und jetzt der Chef des Politbüros. Er war eine prägende Gestalt der Hamas. Und was nicht vergessen werden darf, Haniyeh war ein moderater Verhandler. Er war keiner der Radikalen, er gehörte nicht zum militärischen Arm der Hamas, sondern war jemand, mit dem man verhandeln konnte. Und der innerhalb der Hamas und er moderate Positionen eingenommen hat. Derjenige, der jetzt an die Macht gekommen ist, der jetzt statt Haniyeh quasi diese Position inne hat, auf diesem politischen Flügel, er ist viel radikaler. Das heißt, was hat Netanyahu bezweckt, indem er ihn hat eliminieren, ihn hat ermorden lassen? Er hat dadurch vor allem auch Verhandlungen schwieriger, wenn nicht unmöglich gemacht. Und das, was wir seit langer Zeit sagen und was man überall beobachten kann, dass es Israel nicht um Frieden geht, dass es Israel nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung geht, dass es Israel nicht darum geht, irgendwie da in der Region Peace zu schaffen. Das wird immer deutlicher. Ansonsten würde man nicht diese Eskalationsspirale weiter drehen. Das ist das, was passiert. Und jetzt kann man sagen, naja, um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich der Hintergrund dieser Attentate? Und viele sagen, machen es ganz leicht, ja, Netanyahu steht mit dem Rücken zur Wand. Und Netanyahu weiß ganz genau, sein politisches Ende naht, wenn er jetzt, wenn der Krieg beendet ist, ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er im Gefängnis landet, weil die ganzen Korruptionsvorwürfe, die ganzen Anklagen gegen ihn dann wieder, sozusagen, auf dem Tisch sind. Und wenn er dann kein Präsident ist, er hat jetzt keinen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und das ist der wahre Grund, weswegen er jetzt diese Eskalation vorantreibt. Und es mag sein, dass das im Kalkül Netanyahu irgendwie eine Rolle spielt, aber ist es wirklich zu verstehen, dass eine einzige Person und dessen politisches Überleben, dass diese eine Person tatsächlich die Welt an den Abgrund einer atomaren Katastrophe führen kann, gibt es nicht ein größeres Narrativ. Ist es tatsächlich so, dass die Amerikaner, wie es in den Medien dann hieß, Fuchsteufelswild sind, dass Biden gesagt hat, Stop Bullshitting Me, als Netanyahu ihm etwas erklärt hat. Können wir wirklich glauben, dass die USA, die ja mehr oder weniger die Schutzmacht Israels sind, da einfach zuschaut und nicht möchte, dass das passiert und dann sagt, naja, warum hast du das gemacht? Wie wenn so ein Elternteil, sozusagen, oder so ein Vater, das Kind dann hinterher maßregelt, warum hast du das gemacht? Warum hast du ihn geschlagen? Das hättest du nicht machen dürfen. Oder sind die Amerikaner nicht voll im Bilde? Und das ist etwas, was mich stört, was mich extrem stört, dass man jetzt formuliert und behauptet, dass keiner Interesse an einer Eskalation im Nahen Osten hätte. Hätte Israel kein Interesse an einer Eskalation, würde Israel das nicht tun. Hätten die Amerikaner kein Interesse an einer Eskalation, die Amerikaner würden das nicht zulassen. Dass die Amerikaner irgendwie im Vorfeld darüber Bescheid gewusst haben, steht für mich außer Frage. Als würde Israel das tun, ohne irgendwie auch die Rückmärkung der Amerikaner zu haben. Und die Reaktionen sind ja bezeichnend. Die Reaktion ist auf der einen Seite der Amerikaner, dass die Amerikaner sagen, naja, das war jetzt zwar nicht in Ordnung, das hilft nicht bei den Verhandlungen, aber egal, was Iran jetzt macht, wir werden Israel unterstützen. Wie irrsinnig ist das eigentlich, dass die Amerikaner sehen, wie jemand die ganze Region terrorisiert und Attentate verübt auf politische, also es sind politische Akteure, die da ermordet werden. Und dann sagt, egal, wir werden Israel auf jeden Fall draußen unterstützen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Deutschland, mit so Kriegstreibern wie Roterisch-Kiesewetter, die dann sagen, man müsste überlegen, wie man jetzt Israel unterstützen kann, weil Israel eben mit diesen Vergeltungsschlägen zu rechnen hat, der Iraner. Wir haben echt sozusagen ein gutes Timing dafür, uns immer auf die richtige Seite der Geschichte zu schlagen. Und ich glaube, Geschichte ist ein sehr wesentlicher Faktor, wenn wir die Situation verstehen möchten. Für mich ist es zu einfach. Für mich ist es zu einfach zu sagen, naja, da ist irgendwie so ein Netanyahu, der verrückt geworden ist und deswegen kommt jetzt sozusagen der ganze Nahe Osten in Brand, wird da in Brand gesteckt. Und das ist eigentlich, ja, ein regionaler Konflikt, da er da eben entflammt. Und wir haben sowieso ja diese Probleme zwischen Israel und Iran und das eskaliert es eben. Als würde nicht mehr dahinter stecken. Als würde es nicht historische Parallelen geben. Als würde es da nicht theologische oder auch religiöse Erklärungen geben für dieses Ganze. Und man kann diese verschiedenen Dimensionen aufführen. Und wenn man diese Dimensionen sozusagen heranzieht, dann kann einem nur Angst und Bange werden. Ich will anfangen mit mit der Rolle Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg. Weil das glaube, der Erste Weltkrieg ist sehr wesentlich, um die jetzige Situation zu verstehen. Kluge Leute vergleichen immer wieder die Rivalität zwischen USA, dem Imperium jetzt und China, dem zwangsläufig kommenden Imperium, mit der Rivalität vor dem Ersten Weltkrieg zwischen Deutschland und England. Zwischen dem Vereinigten Königreich und zwischen dem Deutschen Reich. Das Deutsche Reich, das sollte es vielleicht mit kleinen Geschissunterricht für alle, die in der deutschen Geschichte nicht so kundig sind, wurde 1871 von mehr oder weniger, ja, also, Bismarck ist natürlich einer der prägenden Figuren, wie eben 1871 das Deutsche Reich sozusagen zustande gekommen ist. Und wir hatten zum ersten Mal eine Vereinigung der deutschen Länder. Und wo hat man das gemacht? Das war in Versailles, nachdem man die Franzosen besiegt hatte. Sehr symbolträchtig. Und von 1871 bis 1914 hat Deutschland einen beispiellosen Aufstieg hingelegt. Ich weiß nicht wie viel, 80 oder 90 Prozent derjenigen, die den Nobelpreis gewonnen haben kurz vor dem Ersten Weltkrieg waren Deutsche. Die Deutschen haben in also in so gut wie jedem Bereich, ja, standen sie kurz davor die Engländer zu überholen oder haben die Engländer also das Überholung überholt. Es war für alle ersichtlich, dass man gegen diese große zentraleuropäische Macht nichts ausrichten kann. Die Engländer wussten das und haben dann 1908 schon angefangen Kriegsvorbereitungen zu treffen gegen die Deutschen. William in der Geschichte, ja, im Unterricht, naja, das war eben sozusagen, ja, das war so ein nationalistischer Furor, der um sich gegriffen hat. Ja, und jeder wollte den Platz an der Sonne und es waren alles Kolonialreiche, die einfach konkurriert haben. Ja, es war so ein blinder Nationalismus und vor allem Herr Kaiser William II, ja, der hatte ja so eine Art Minderwertigkeitskomplexe und deswegen wollte er unbedingt Deutschland auch diesen Platz an der Sonne verschaffen und ein großes Imperium werden und hat sich natürlich zwangsläufig dann, nachdem er immer mehr seine Flotte aufgebaut hat, mit den Briten angelegt und ist dann irgendwie untergegangen im Ersten Weltkrieg. Das ist natürlich die Geschichte, die wir lernen, aber die von den Siegern geschrieben worden ist. Die Deutschen waren eine Gefahr für das Imperium, für die Briten und wurden deswegen in einen Krieg nicht hineingeschlaft wandelt, sondern mehr oder weniger hineingezogen und da gibt es mittlerweile genügend Untersuchungen dazu. Wichtig ist für uns nur, dass wir verstehen, was passiert ist und zwar der Aufstieg eines Imperiums, der Briten, der dann gekontert wurde mit dem Aufstieg einer rivalisierenden Macht, die Deutschen und dann die Kulmination dieser zwei sozusagen zwei Kräfte hin in einen großen Konflikt, in einen großen Krieg und das sehen wir immer wieder. Das ist etwas, was in der Wissenschaft auch erforscht worden ist. Immer wenn eine Kraft, eine politische Macht, eine Nation entsteht, die dem Imperium gefährlich werden kann, kommt es zum Konflikt. Nicht immer, aber fast immer. Ich glaube, in neun von zehn Fällen oder acht von zehn Fällen ist es sozusagen dokumentiert, wird es geschehen. Und jetzt haben wir dieselbe Situation wieder. Wir haben beziehungsweise die gleiche Situation wieder. Wir haben den Aufstieg Chinas und der Aufstieg ist nicht aufzuhalten. Ja, man kann in die Zahlen gehen, man kann auf die Wirtschaftsleistung schauen. Man kann auch darauf schauen, wie viele Ingenieure ausgebildet werden in China und in den USA. Man kann darauf schauen, wer wie viel wo produziert. Man kann darauf schauen, wer die entwickeltere Technik hat. Man kann natürlich auch auf das Militär schauen. Und was wir verstehen müssen, ist, dass in so gut wie allen Bereichen es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Chinesen die Amerikaner abgehängt haben. Wie reagieren die Amerikaner darauf? Mit Militärischer, mit Demonstration Militärischer Stärke. Wie die Deutschen sagen, im Indopazifik, also im südchinesischen Meer, im Pazifik, werden die Truppenverbände, wird die Flotte der Amerikaner immer stärker, weil immer größere Drohkulisse wird aufgebaut und parallel dazu entsteht dieser Konflikt um Taiwan. Das heißt, was wir haben, ist das alte Prinzip, dass eine konkurrierende Macht aufkommt und die versucht, mit allen Mitteln vom Imperium zurückgehalten zu werden. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Wir haben einen Konflikt, einen geopolitischen Konflikt zwischen China und USA. Und dieser geopolitische Konflikt hat verschiedene Brandherde. Und in allen diesen Brandherden sieht die Konstellation gleich aus. Wir haben den Konflikt in der Ukraine, wo wir die Russen haben, die Teil des östlichen Blocks um China sind, die gegen Ukraine kämpft, die Russen kämpfen gegen die Ukrainer und die Ukrainer werden massiv unterstützt vom Westen, von den Amerikanern vor allem, von der NATO, von der alten Ordnung, von der alten Ordnungsmacht. Wir haben den Konflikt in Venezuela, wo wir das Gleiche haben. Und wir haben den Konflikt in Israel, wo wir das Gleiche haben. Der Kampf zwischen Israel und Iran ist wieder zu sagen, der Kampf zweier Akteure, wobei der eine Akteur Israel vom Westen unterstützt wird, vor allem von den Amerikanern unterstützt wird und die andere Macht Iran, die andere regionalen Macht vom Osten unterstützt wird. Der Iran wird unterstützt von Russland. Die Russen sind jetzt schon dabei, während ich hier spreche, schweres militärisches Gerät, vor allem der elektronischen Kriegsführung, dorthin zu verschiffen. Auf stärken die Amerikaner ihre Militärpräsenz im Mittelmeer und schaffen immer mehr Kriegsgeräte in diese Region, unterstützen Israel immer mehr. Wir sehen, wie beide Seiten aufrüsten. Wir sehen, wie beide Seiten aufgerüstet werden von den jeweiligen Schutzmächten. Die Amerikaner haben klipp und klar gesagt, wenn Israel angegriffen wird von Iran, werden die Amerikaner den Israelis zu Hilfe eilen. Die Russen haben gleichermaßen gesagt, dass wenn die Iraner angegriffen werden von den Amerikanern, die Russen den Iranern zu Hilfe eilen werden. Da gibt es Abkommen untereinander. Die Russen haben auch Abkommen mit Nordkorea geschlossen und mit den Chinesen geschlossen. Das heißt, der östliche Block manifestiert sich immer mehr, Akteure schließen sich dem an und man schließt die Reihen in einem zu erwartenden Kampf gegen den Westen und das Gleiche passiert auch im Westen. Um vielleicht nochmal auf die Geschichte zurück zu kommen um das größere Ganze nochmal besser einzuordnen weil viele glauben ja es wird schon nicht zu einem dritten Weltkrieg kommen es wird schon nicht zu diesem nuklearen Armageddon kommen und ich persönlich bin mir da nicht so sicher denn alle Zeichen stehen auf Krieg die Mainstream Medien reden ja auch schon darüber und Kriege fallen nicht vom Himmel Kriegen Kriege werden von langer Hand vorbereitet und das beste Beispiel dafür wie Kriege vorbereitet werden ist der erste Weltkrieg da kann man lange darüber reden aber auch der zweite Weltkrieg und was für viele mehr oder weniger schon Mainstream wissen ist aber viele andere eben auch völlig unklar ist ist die Art und Weise wie die Wall Street und wie amerikanische Banker und Großindustrielle im Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg Nazi Deutschland groß gemacht haben und ist eine Sache die die uns auf eine andere Perspektive bringt und zwar will ich bevor ich auf die Amerikaner und Nazi Deutschland eingehe auf etwas aufmerksam machen und zwar darauf dass Kriege nicht einfach so aus dem Nichts kommen sondern dass Kriege vorbereitet werden weil sie einem bestimmten Ziel dienen das heißt wenn ich jetzt über den Zweiten Weltkrieg spreche dann mache ich das nur um auf eine Eventualität in der heutigen Zeit hinweisen zu zu können und zwar wenn es mittlerweile hinreichend dokumentiert ist dazu gibt es doch genügend Bücher wichtiges Boris von Anthony Sutton Wall Street and the Rise of Hitler wo Anthony Sutton vor Jahrzehnten schon nachdem er alle möglichen Dokumente studiert hat also sauber gezeigt hat aufgezeigt hat wie die Wall Street und wie Großindustrielle ab den 1920ern Hitler groß gemacht haben und die Nazi-Partei groß gemacht haben und den Weg geebnet haben für die Nazi-Herrschaft und auch dann nicht gestoppt haben als man nach 1933 sehen konnte wie in Deutschland Kriegsvorbereitungen getroffen werden weil man eben sozusagen die ganze Rüstungsindustrie aufgebaut hat und Waffen produziert hat selbst als Nazi-Deutschland massenweise Waffen produziert hat haben die amerikanischen Industriellen immer noch den Nazis Geld gegeben oder haben sich beteiligt an der Produktion dieser Waffen und haben davon profitiert und konnten interessanterweise das Geld aber ganz aus Nazi-Deutschland herausholen es ging noch nicht mal darum Profite zu machen sondern weil man das Geld nicht herausbringen konnte sondern man hat einfach geholfen bei der Produktion dieser Waffen bei der Fertigung man investiert in Deutschland man investiert in Hitler man hat ihn groß gemacht und jetzt muss man sich die Frage stellen warum haben die amerikanischen Industriellen die amerikanischen Banker die Wall Streets und die Personen die Namen die da in der Rolle spielen sind immer die gleichen es ist immer Rockefeller am Start Henry Ford ist da sehr wichtig und die Warburg Bank zum Beispiel DuPont immer die gleichen mächtigen Familien die da eine Rolle spielen wenn es um diese Art von Entwicklung geht das heißt um zur Frage zurückzukommen warum haben die Amerikaner Nazi-Deutschland gefördert warum hat man Hitler groß gemacht warum hat man warum hat man zugelassen dass diese große Kriegsmaschinerie aufgebaut werden konnte die Antwort ist ganz einfach weil man wollte dass Nazi-Deutschland einen Krieg führt gegen die Bolschewiken gegen die Russen und da sind wir wieder in der Jetztzeit angekommen das heißt das Ziel der Banker war die Eroberung beziehungsweise die Kontrolle über die Regionen die wichtig für sie sind und das war in der Zeit Westeuropa es gibt eine Theorie ist die Hardland-Theorie und dann gibt es auch eine Rimland-Theorie und diese Theorien das sind geopolitische Theorien und die besagen dass man das Heartland das Herzland also Eurasien die Eurasische Platte kontrollieren muss wenn man die Welt beherrschen möchte weil da die meisten Menschen leben weil da die meisten Rohstoffe sind da gibt es eine Weiterführung der Theorie die heißt die besagt dass man das Rimland also dieses Randland kontrollieren muss also wenn man die Eurasische Platte jetzt vorstellt Eurasien dann gibt es eben das Rimland das geht dann von Westeuropa über den mittleren Nahen Osten bis hin zur Pazifik-Region wenn man sozusagen Südostasien wenn man diese Regionen beherrscht also dort wo Vietnam auch ist und wo Japan auch ist wenn man diese Regionen beherrscht beherrscht man die Welt und schaut euch die Konflikte in den letzten Jahrzehnten an die wurden immer in dieser Region ausgetragen und was hat das jetzt was spielt das jetzt für eine Rolle wenn wir über Nazi-Deutschland sprechen wenn die Nazis beziehungsweise nicht die Nazis wenn die Deutschen und das ist der springende Punkt wenn die Deutschen mit ihrer ökonomischen Kraft mit ihrer Industrie mit ihren Innovationen mit ihren Wissenschaftlern mit ihrer Intelligenzia ein Bündnis eingehen mit den russischen Rohstoffen mit Russland dann ist das eine Kraft auf der Eurasischen Platte die niemand aufhalten kann das bedeutet Weltherrschaft oder zumindest Dominanz und Kontrolle über Weizteile der Welt die Amerikaner dagegen die sind ja eine Insel die haben eigentlich ja gar keinen wirklichen Zugang zu dieser Eurasischen Platte dort wo die meisten Menschen leben wo die meisten Rohstoffe sind wie kann man es trotzdem schaffen Kontrolle über die Region zu erlangen und das wichtigste Prinzip ist erst einmal die WD Impara Teile und Herrsche und was man vor allem teilen will ist die Verbindung zwischen Deutschland und Russland das hat man im Ersten Weltkrieg hergestellt hat man im Zweiten Weltkrieg hergestellt also indem man dafür Sorge getragen hat ja dass die Nazis gegen die Kommunisten gegen die Bolschewiken ja eine barbarische Schlacht geführt haben mit mehreren Zehn Millionen Toten und das hat man jetzt wieder geschafft zum dritten Mal ja im Zuge des Ukraine Konflikts ja wo die deutsche gekaufte Regierung ich sag es ganz so ich sag es so wie es ist ja oder wie die Versallen Regierungen der Deutschen eben alle Verbindungen zu Russland gekappt haben keine Rohstoffe mehr kaufen und dann über Indien über andere Wege eben fühlteurer diese Rohstoffe beziehen das ist absolut absurd und irrsinnig ist aber nur zeigt wie fremdgesteuert wir sind und wahrscheinlich sind wir fremdgesteuert seit Ende des ersten Weltkriegs die Nazis wurden finanziert von den Amerikanern beziehungsweise die Amerikaner hatten große Interesse Nazis groß zu machen und interessant ist ja auch in diesem Kontext dass die amerikanische Banker die Wall Street und die Großindustriellen gleichermaßen auch die Bolschewiken also die Russen groß gemacht haben ohne amerikanisches Geld wäre die kommunistische Revolution nicht möglich gewesen also man hat sie groß gemacht man hat die Kommunisten groß gemacht und hinterher auch während des Kalten Krieges gab es ein Technologietransfer man hat da investiert auch man hat da zu sagen die große kommunistische rote macht mehr oder weniger mit finanziert groß gemacht um dadurch sozusagen dieses Feindbild herstellen zu können kurzum der erste Weltkrieg war von langer Hand geplant der zweite Weltkrieg der war auch mehr oder weniger inszeniert oder geplant um eine bestimmte Ordnung herbeizuführen und das ist der Punkt um den es mir geht warum führt man die Kriege um Kontrolle zu erlangen über Regionen oder aber auch um die Welt zu verändern man hat regionale Konflikte um Regionen zu verändern und man hat globale Konflikte um das Antlitz der Welt oder der Menschheit zu verändern nach dem zweiten Weltkrieg hatten wir eine neue Ordnung wir hatten auf einmal die Installierung der UNO man hatte globale Institutionen gleichermaßen hatte man diese Zweiteilung der Welt in Ost und West man hat den Aufstieg sozusagen des westlichen Kapitalismus der so ein ökonomischer Aufstieg war und in dem man auch immer mehr Länder eingespeist hat ins System und parallel dazu hatte man eben das Aufkommen oder sozusagen die Festigung des kommunistischen Blocks bis hin zur Auflösung des kommunistischen Blocks Anfang 90er Jahre und in den letzten 25 Jahren haben wir ein neues Szenario und zwar haben wir immer noch den westlichen Kapitalismus der in einem Niedergang begriffen ist und den Aufstieg eines autoritären Kapitalismus in China der und das ist glaube ich das Schlimme an der Geschichte das Böse beider Welten vereint der hat autoritäre Elemente aus dem kommunistischen System oder sozialistischen System und liberale oder ultraliberale kapitalistische Elemente aus dem westlichen System und ist dadurch viel effektiver und viel produktiver als das westliche System also effizienter und effektiver als das westliche System nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eine veränderte Weltordnung und man kann mit Fug und Recht behaupten ohne Zweiten Weltkrieg wir natürlich diese Ordnung nicht hätten wenn wir aber jetzt kurz vor dem Dritten Weltkrieg sind und man das Gefühl hat dass er sich genauso wie der Erste und der Zweite Weltkrieg langsam aufbaut indem auch ein Antagonist erschaffen wird mit den Chinesen und immer größer wird kann es dann nicht sein dass dieser Dritte Weltkrieg wie der Erste und der Zweite Weltkrieg das so dient eine Fusion herbeizuführen zweier Systeme in dem einfach eine neue Weltordnung etabliert werden soll und das ist eigentlich die Gefahr die für mich viel stärker ist als irgendwelche Irre die in irgendwelchen Schalthebeln sitzen es kann sein dass die Politiker irre sind vielleicht sind Trump und andere Politiker einfach nur nützliche Idioten die einem bestimmtes Werk ausführen vielleicht ist Trump nur die Wiedergeburt Hitlers in dem Sinne dass er die Funktion erfüllt einen Krieg vom Zaun zu brechen der der dritte Weltkrieg sein wird wir sind Menschen und viele Menschen haben noch bloß ihr Mitgefühl oder Menschlichkeit und viele Menschen können sich nicht die Grausamkeit vorstellen mit der andere Menschen Dinge planen und wie sehr Menschen bereit sind über Leichen zu gehen im wahrsten Sinne des Wortes um bestimmte politische Ziele zu erreichen und eventuell ist es tatsächlich so dass man dass man einen Krieg vom Zaun brechen will um eine neue Ordnung installieren zu können denn willst du eine neue Ordnung herbeiführen die das Antlitz der Menschheit vollständig verändern wird da brauchst du auch eine vollständige Vernichtung oder einen totalen Krieg da brauchst du einen größeren Konflikt als die bisherigen und das ist die eigentliche Gefahr die ich sehe ich glaube nicht dass es dann ein Zünde benötigt weil Franz Ferdinand vor dem Ersten Weltkrieg getötet wurde ermordet wurde deswegen kam es im Ersten Weltkrieg ich glaube das ist etwas was wir in der Schule lernen aber das ist alles von langer Hand geplant gewesen das wissen wir mittlerweile die Ereignisse die dann stattfinden sind auf gewisse Weise Legitimation die man benötigt um dem Volk verkaufen zu können dass wir jetzt marschieren müssen dass wir jetzt sozusagen die Bombe schießen müssen die Israelis um vielleicht das rund zu machen haben ja auch eine Begründung weswegen sie Hania getötet haben ermordet haben und warum sie Shukr getötet haben den Hisbollah oberen sie begründen das ja sie sagen ja warum sie es machen sie sagen naja die Hisbollah hat eine Rakete auf ein Fußballfeld abgefeuert und elf oder zwölf Kinder wurden da getötet es wurde instrumentalisiert um sozusagen die nächsten Schritte hin zur Eskalation einzuleiten ich persönlich glaube nicht dass diese Eskalation die wir beobachten dass das etwas ist was was wie bei der Interpretation des ersten Weltkriegs wir in den Krieg geschlafwandelt sind dass wir jetzt in einen dritten Weltkrieg schlafwandeln oder sowas und ich glaube das ist naiv zu glauben dass das diesmal anders ist als davor als im ersten oder zweiten Weltkrieg sondern diese Eskalation wird bewusst herbeigeführt um bestimmte Reaktionen zu haben die man dann nutzt um weitere Reaktionen weitere Antworten sozusagen lancieren zu können und anscheinend möchten bestimmte aktuelle Eskalation haben vielleicht möchten die Juden möchten die Zionisten möchten die Missionisten eine harte Reaktion der Iraner damit die Amerikaner reagieren und damit man dann Amageddon hat und damit dann Mosheach kommt damit der Messias kommt diese Endzeit Vorstellung gibt es ja unter den Juden vielleicht wollen die amerikanischen Evangelikalen tatsächlich dass Israel und Iran einen großen Krieg führen und die Amerikaner sich einmischen und dann die Russen und die Chinesen sich einmischen damit der Kampf zwischen Gorg und Magog stattfindet und dann nachdem der Antichrist geherrscht hat in Israel Jesus wiederkommt Jesus wiederkommt stattfindet und dann eben ein Zeitalter des Friedens und der Herrschaft der Christen eingeläutet wird vielleicht ist es der Hintergrund weswegen da eskaliert wird vielleicht ist es aber auch viel profaner vielleicht möchte man totale Kontrolle über die Menschen und kann über die ganze Weltbevölkerung und kann diese nur erreichen nach einer Phase des totalen Chaoses Zerstörung der totalen Unordnung wenn ich Gesellschaften kontrollieren will muss ich erstmal Gesellschaften in Angst versetzen ich habe darüber geredet im letzten Video als ich über die AfD gesprochen habe wenn ich biometrische Kontrollsysteme wenn ich digitale Überwachung haben möchte dann brauche ich eigentlich Gefahr 9-11 hat stattgefunden und als Konsequenz musste man dann diesen nationalen Sicherheitsstaat mehr oder weniger implementieren genauso haben wir das jetzt während der Migrationskrise und der Rides in England die Stimmen werden doch immer lauter die dann sagen naja wir müssen etwas für die Sicherheitslage das Landestum wir müssen viel stärker überwachen und kontrollieren und müssen die künstliche Intelligenz einsetzen biometrische Systeme implementieren und so weiter und so fort das heißt ein Problem wird geschaffen auf gewisse Weise man hat die Reaktion die man benötigt um eine Lösung zu präsentieren die man im Vorfeld aber schon mehr oder weniger in der Schublade hatte ich kann das abrunden mit einer Sache die ich immer wieder anspreche und zwar Pläne zur Umwandlung der gesamten Weltgesellschaft liegen schon seit langer Zeit in der Schublade das Schlagwort dazu ist Technokratie und ein anderes Transhumanismus und wenn man diese Systeme implementieren möchte braucht man vorher eine Zerstörung der bisherigen Systeme und was wir beobachten können ist der schleichende und wenn jetzt auch rapide Niedergang des Westens wir sehen das selbst in Deutschland und der Aufstieg des Ostens vor allem Chinas alle Sanktionen gegen Russland haben das Gegenteil bewirkt die Russland wurde immer stärker und der Westen immer schwächer wahrscheinlich passiert das was man eigentlich seit langer Zeit schon voraussehen konnte Order out of Chaos das heißt aus dem Chaos heraus wieder eine neue Ordnung implementiert und dieses Chaos benötigt um diese neue Ordnung legitimieren zu können wenn erst einmal das Kriegsgeschehen losgetreten ist und die Welt in Flammen ist dann sind Menschen bereit ihre Freiheiten abzugeben für mehr Sicherheit und ich glaube auf dieses neue System der umfassenderen Kontrolle das durch künstliche Intelligenz und die digitalen Entwicklungen ermöglicht wird ich glaube dieses System ist es um das es geht diese Technokratie und das ist das worauf es mehr oder weniger hinausläuft und warum das so ist warum das gemacht wird das ist eine andere Frage aber ich glaube es ist wichtig für uns zu verstehen dass diese Entwicklung auf die wir jetzt schauen und wir gucken jetzt okay wann antwortet der Iran und was passiert da wird das zum dritten Weltkrieg kommen dass das wie so ein Schauspiel ist ein Theater das uns in Angst und Schrecken versetzen soll und das auf ein bestimmtes Ziel hinausläuft und vielleicht muss man sich auf dieses Ziel mehr kontrollieren auf das größere Bild und weniger auf die spezifischen Ereignisse gibt es Hoffnung ich könnte natürlich auch mich zuhause verkriechen irgendwie einen Bunker bauen und Vorsorge treffen zu richtiger Prepper zu werden und zu hoffen dass die Atombomben ja nicht in meine Nähe fallen da stattdessen sage ich einfach das was ich denke was ich lese und umso mehr Leute zuhören umso mehr es verbreitet deswegen eher hat man eine Chance dass wirklich irgendwie sich etwas verändert was bleibt uns anderes übrig als darauf aufmerksam zu machen und vielleicht mehr Menschen zu erreichen als davor und vielleicht kommt da irgendwann die kritische Masse zustande und passiert etwas das einzige was wir machen können ist ja aufklären ja und solange es noch dieses relativ offene Internet gibt hat man noch die Möglichkeit seine Stimme kundzutun und zu gucken was dann passiert vielleicht kann man nicht die gesamte Welt verändern vielleicht kann man wenigstens seine Region verändern vielleicht kann man Deutschland verändern auf gewisse Weise vielleicht kann man eben mit dem Finger zeigen auf die Kriegstreiber wie Kiesewetter und Strackzimmermann vor allem der Kiesewetter der jetzt fordert dass man militärisch unterstützt in Israel ist der absoluter Wahnsinn ist wenn man Menschen aufmerksam macht darauf was eigentlich auf der Weltbühne passiert was der wahre Konflikt ist und welche Dimensionen des Konfliktes es gibt es gibt eben die Dimensionen wie im ersten zweiten Weltkrieg oder wie auch bei der Unterstützung der Bolschewiken dass es Akteure gibt die beide Seiten unterstützen beide Seiten gegeneinander ausspielen um ein bestimmtes Ziel zu erreichen wenn man die theologische Dimension kennt dann kann man feststellen vielleicht gibt es fast schon verrückte Überzeugung die dann für diese Akteure unausweichlich machen dass es zu diesem Armageddon kommt wenn man wegkommt von dieser zweidimensionalen politischen Sicht darauf dass da irgendwelche Akteure sind und dass Biden ein Akteur ist und Tanyahu und Putin und ja dass diese Akteure bestimmen in welche Richtung es geht wenn man also darüber hinaus sozusagen auf der Metaebene auf die Konflikte schaut und die versucht zu analysieren und dann auch darüber nachdenkt wie USA mit der aufkommenden Großmacht China mit dem aufkommenden Imperium China umgeht wenn man ein anderes Verständnis für die ganze Sache entwickelt dann ist man auch dazu in der Lage andere Menschen davon zu überzeugen und Stimmung zu machen gegen die bisherige Politik und vielleicht gibt es ja eine Option gibt es eine Möglichkeit dass dann irgendwie auch mal andere Politiker an die Macht kommen die dann tatsächlich aufgeklärt sind in diesem Bereich mehr bleibt mir dazu nichts zu sagen ich wünsche euch Durchhaltsvermögen und dass ihr nicht zu sehr verzweifelt auf der Weltsituation dieses Buch kann man ab sofort vorbestellen das Buch heißt wem diente Jeffrey Epstein ja den Link findet ihr unten in den Kommentaren und in der Videobeschreibung durch den Kauf dieses Buch könnt ihr nicht nur sondern wir haben vielleicht auch die Chance das vollständige Bild von Jeffrey Epstein mal in den Mainstream zu bekommen dafür muss es natürlich ein Bestseller werden das geht nur mit eurer Unterstützung und wenn ihr dem Link folgt zu der Website von den Buch Komplizen